So, eigentlich sollte heute Satisfactory sein, aber wie das so ist, läuft das nie so, wie man sich das vorstellt. Einigen warteten vielleicht schon auf die Folge, aber die werden noch eine Weile auf sich warten lassen. Liegt ganz einfach daran, dass es mir das Safe Game zerschossen hat und ich jetzt gucken muss, wie ich das irgendwie wiederhergestellt kriege. Ich habe das Ganze dem Support gemeldet. Gab da irgendwie ein Problem mit der Cloud oder was weiß ich. Eventuell kriege ich das darüber noch wiederhergestellt, aber ich habe da wenig Hoffnung. Das heißt, ich werde das Safe Game ein bisschen aufarbeiten müssen. Ist jetzt auf dem Stand vom Februar, Ende Februar. Fehlt natürlich eine ganze Menge, irgendwie 20, 25 Stunden oder so. Ja, ich versuche das so wieder hinzubasteln, dass ihr das im Zweifelsfall kaum merkt, aber ein bisschen anders wird es dann am Ende wahrscheinlich schon aussehen und das wird wenigstens eine, vielleicht über zwei Wochen dauern, bis ich auf dem Stand wieder bin. Nichtsdestotrotz, ich werde das irgendwie weiterspielen. Ich habe da nämlich übel Bock drauf und habe einfach damit auch irre viele Leute gewonnen, die das offensichtlich auch gerne gucken. Von daher mache ich das einfach als Fanservice weiter und kann jetzt einfach mal eine Woche durchsuchten. Herentag und sowas, steht ja alles auf dem Plan und da komme ich vielleicht ein bisschen besser zum Spielen. Ja, kann aber erstmal noch gar nichts Genaues leider versprechen. Da mir das Ganze nicht ganz aus dem Rahmenfeld stehe ich übrigens gerade im Beutzenburg. Die Werdegebiet sieht das nicht alles. Das ist doch super geil. Hat doch irgendwie was mit Satisfactory zu tun. Man kann halt nicht alles haben, aber wenigstens das Setting sollte doch stimmen, wa? Gut, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr da einmal mit reingeguckt habt. Hoffe, dass ihr weiterhin am Ball bleibt. Wie gesagt, es dauert jetzt eine Weile, aber das kommt alles wieder. Es geht alles irgendwie weiter und es gibt immer für alles irgendwie eine Lösung. Und ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich versuche wenigstens einmal die Woche ein Update zu machen, wenn es denn zur nächsten Woche doch nichts werden sollte. Und ansonsten gibt es jetzt erstmal irgendwelche andere Unterhaltungen noch auf dem Kanal. Was genau, muss ich gucken. Ich weiß es noch gar nicht. Vielleicht mache ich mal wieder eine Runde angespielt oder sowas, stelle euch irgendein Spiel vor. Aber wie genau das wird, weiß der Geier. Ich kann es zu dem Zeitpunkt jetzt leider noch nicht sagen. Jo, danke fürs Zugucken. Bleibt gesund. Abstandsregeln beachten. Ach, ich kenne den Scheiß. Ihr geht das andauernd um die Ohren gehauen und ich will damit nicht jetzt nicht auch noch anfangen. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Gartner Bertolt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.